Ach, ne. Gibt ihr wenigstens ne Fähigkeit? Oh, den Stein. Hier waren wir ja auch schon. Mein Gott. Hier brauch ich ja wieder den Feuerball, oder? Ja, hier brauch ich den Feuerball. War ich hier schon? Verdammt. Ja, hier muss ich schon gewesen sein. So. Ja, hier war wieder der komische Spastiker. Wie ich mal so voll nicht treffe. Ja, komm, jetzt mach hin. Bäm. Ich saug dir das Eis auf dem Arsch. Mein Gott. Ja. Junge. Ich hoffe, hier so Pädophie rumzurennen. So, geht doch. Moment, hopp. Und zack. Ich laufe nicht, ich gleite. Eiskalt. So, was gibt es hier? Nein, da will ich erstmal nicht hin. Ich will mir jetzt erstmal so ne, so ne, so ne Feuer... Mega-Mine holen. Von denen er zwar voll viele hier gibt, aber... Nein, da war... Der Mist ist so verwirrend. Ey, voll verwirrender Scheiß, ey. So, nach da. Was ist denn hier so los? Da brauche ich auch noch irgendeine Fähigkeit. Keine Ahnung welche. Hier hole ich meine Freunde. Oder? Stell dich da auf diesen verfickten Knopf. Perfekt. Nein. Stell dich auf den Knopf. Nein. Einer muss sich da hinstellen. Einer muss sich hinstellen. Diese verdammte... Muaah. Erstmal schön sauber machen. Immerhin ein neues Gebiet. Da bin ich schon mal froh. Oder? Nein. Das kann nicht neu sein. Oh, Mendo. Dieser blöde Pädophant. Fun 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 Knödel. Keine Ahnung. Bam. Komm schon. Ja genau, roll mich über. Bam. So. Ne, damit komme ich da bei der Einschärm, wo wir gerade mit der Rakete verpackt haben, nicht durch. Da war noch ein Leben. Das ist also Bullshit. Hier killen wir die Dinger hier mal schön. Just for the fun. Suck. Oh mein Gott. Epische Lecks. Oh mein Gott. Was ist denn hier los? Es leckt gerade scheiße. Bäm. Ich drück mal kurz auf. So, wir gucken auf die Karte einmal und sehen, da ist so ein Sternenraum. Ich glaube, das heißt Miniposs. Und dann gibt's Gebiet 9. So, dann gucken wir mal hier, ne? Warum kann Kirby nicht fliehen? Ich glaube, hier brauche ich das Schwert für. Ich glaube, hier komme ich das nächste Mal mit dem Schwert. Also merken wir uns hierhin mit dem Schwert. Damit ich das da aufbashen kann und dahin mit der Rakete. Ah ne, jetzt kann ich ja nicht mehr zurück. Es sei denn... Ich drück den hier. Ah, perfekt. Damit ich wieder hierhin komme und jetzt weiß ich gerade überhaupt nicht mehr, wo ich hin muss. Mann, ey. Ich kriege Durchfall, wenn ich an dich denke. So, wo kriege ich jetzt schnell ein Schwert? Hier ist bestimmt irgendwo ein Schwert. War ich hier überhaupt schon mal? Ja, hier ist hier. Da kriege ich ein Schwert her. Scheißegal, ich will das Schwert. Töten, töten. Nicht töten. Da geht's noch Gebiet. Und jetzt mach ich noch mal den hier. Sag dem Grünen noch mal Hallo. Und fetz mich jetzt mit dem Schwert hier durch. Natürlich. Nein? Wo muss ich noch mal lang? Ich kriege gerade so ein Holl... Holl-Ups. Koll-Ups. Das ist eine Mischung... Ein Holl-Ups ist eine Mischung aus Holl-Ups und Koll-Ups. Ein Holl-Ups. Stirb. Und da laufe ich jetzt schon zum dritten Mal lang. Obwohl ich weiß, da ist nix. Irgendwie sind immer noch so komische Legs da. Oder? Oder bin ich jetzt gerade... Charonoid! Ich laufe jetzt noch einmal hier lang und gucke. Hä? Ach egal. Ich phone mal eben mein Warpstar an. Und ich würde sagen... Leute, kommt mal her. Servus sagen. Die vier Kirby sind wieder hier. Ich würde sagen, bis dann. Wir sehen uns im nächsten Aufnahme-Session. Tun, tun. Ich weiß noch nicht, wie ich da splitte. Deswegen sollte ich mir auch mal angewohnt nicht immer sagen, ich mach jetzt nen Cut, weil dann kommt gar kein Cut. Aber egal. Man sieht sich bis dann. Sia und so. Kekse. Käsekuchen. Keine Ahnung. Kirby halt.